Herzlich Willkommen zu einem kleinen Display von mir, das ist fest. Keine Ahnung, was ich wissen will. Dann haben wir mal die Tauben, was passiert. Speicherbläser. Okay, Spiel starten. Ich weiß nicht, ob ich die Pause auch noch gebraucht habe, weil das... Ich weiß nicht, ob ich die Pause auch noch gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ich die Pause auch noch gebraucht habe. Ich starte gerade zum ersten Mal. Aha. Wie komisch sehen wir bitte aus. Okay, ich bin direkt durch die Tür gegangen. Oh, wahrscheinlich ist das unser Opa oder so. Sieht zumindest relativ alt aus. Okay, wie komisch. Ähm... Und... Ich will das nehmen. Aber... Ja, und durch alle Häuser einfach gehen. Hey, wir haben Post. Hier springen kann das öfter sein. Hier ist der noch gar nicht. Ich will ihm das Bein gehen oder so. Ah. Ne. Ich will voll sitzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dem jetzt nehmen würde. Aber das ist noch nicht so. Jetzt können wir die Küsten. Ach, die Linksteine. Jetzt bitte drückt mich auf dem Dach des Dorfes. Ähm... Ich muss für etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Gisir oder so. Okay, dann geht's weiter. Wo kommt ich da jetzt noch? Hm... Wo kommt ich da jetzt noch? Wo kommt ich da jetzt noch? Hm... Ah... Da ist alles. Das will es. Ah... Links... ähm... Wer heißt der Spritz? Nicht so weit. Und dann Pfeil hochdrücken, damit wir in den Vorsicht blittern. Hm... Kann ich hier irgendwie... Ach... Was ist das hier? Ne, ich komm hier noch nicht rein. Ich kann hier noch blittern. Hm... 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 T messaging doch aumenten. Hm... 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 Jetzt sind wir zu lange! Oh, da müssen wir sein. Heute ist ein ganz besonder Tag. Wie habt ihr erwartet? Die Zeit für guns! Gleich ist es! ��게 wird... Warte nur auf... Na bitte, was passiert bloß? Was wird geschehen? Ein riesiger Block erscheint. Ein riesiger Block im T-Titel ist in den T-Titel. Ein riesiger Block im T-Titel. Ein riesiger Block im T-Titel. Ja! Ich hab damit gefühlt. Ich hab da unten so lange. Okay, da kommt etwas. Was kann das so sein? Ein Apfel? Geschenk? Eine Tasse? Wie konnte ich aber sagen? Hm, wie groß ist. . . . . . . .